Anmachen muss ich aber noch, oder? Ja, du musst dann... So? Yes. Okay. Fährt nicht. Let's go. Okay, let's go. Zehn Fragen für dich. Yes. Erstfrage. Warum hast du dich für einen Wechsel zu TSG entschieden? Kurz und knapp antworten. Ich war einfach schon sehr lange in Potsdam und war der Meinung, dass man wieder was Neues braucht. Und der Fußball hier gefällt mir. Mit wem bist du im Trainingslager auf dem Zimmer? Mit Laura Dick. Wo siehst du deine Stärken auf dem Platz? Ich glaube, ich bin eine athletische Spielerin, die einen guten Zug zum Tor hat. Und ja, meine Schnelligkeit. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Auf jeden Fall ausschlafen, dann entspannt frühstücken, irgendwas in der Stadt machen, Kaffee trinken, vielleicht auch an Seelschilfen. So was. Okay. Was ist dein Lieblingsverein? Ich hatte dich gefordert. Ich habe wirklich einen Lieblingsverein, muss ich sagen. Okay. Wo würdest du gerne mal hinreisen, wo du noch nicht warst? Nach Bali, beziehungsweise Asien im Allgemeinen. Okay. Hast du ein Idol oder Vorbild? Thomas Müller auf jeden Fall, ganz weit oben. Was fährst du für ein Auto? Eine Mercedes A-Klasse, ganz frisch. Ganz frisch? Ganz frisch. Okay. Was ist dein Lieblingsessen? Ich würde sagen Pasta, das esse ich einfach am meisten. Mit? Kannst du das hier drehen? Alles mögliche. Pasta mit sämtlichen Soßen. Okay. Wie ist dein Insta-Account? Melissa-Kassler, glaube ich. Ich bin noch gar nicht sicher. Melissa Kassler. Mit O-E. Okay, perfekt. Das war's schon. Top. 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 Ich liebe Pisa. Jetzt kann das Ding mehr. Ich bin mir nicht so sicher hier. Hey, da hat eine Bremse drin. Das ist ja nervig. Hä? Der hat eine Bremse drin, wenn man sich nervt wird. Ja, ja. Sollen wir ihn eigentlich mitteln? Hey, da geht ja gar nicht. Wir haben keinen Platz mehr. Sorry. Gib Gummi. Gib Gummi. Gib Gummi, hast gesagt. Achso, das ist noch eine Bodenschwelle. Ja, schön. Schön aussieht. Könnte ich mir vorstellen, wie so eine Segway-Tour, so ein Caddy-Tour-Frieger, oder? Schon chill, ey. So, grad bitte noch einpacken, hier so rechts rein. So. Oder was meinst du? Hier fahr' mal zurück. Kannst du dich noch einlegen? Okay. So, oder was? Nee. Du hast Angst, ich weiß nicht. So? Ja. Jesus. Was ist das denn? Und dann kannst du hier so einpacken. Jetzt kommen noch deine Park-Skills. Testen wir jetzt noch. Fixen. Oh ja. Oh ja. Hello, ey. So. Hey.